Glaubt ihr ans Schicksal? Nun, ich habe nie daran geglaubt. Ich bin ein 21-jähriger College-Student, der Finanzen und Bankwesen studiert. Zahlen sind meine Stärke, daher bin ich ein logischer Denker. An Horoskope und zufällige Begegnungen glaube ich nicht. Aber dann habe ich jemanden getroffen, der alles verändert hat. Ich bin übrigens Kai und ich erzähle euch nun meine Geschichte. Alles begann damit, dass ich eines Abends während des Lernens ein unglaubliches Verlangen nach ein paar Cheetos bekam. Also ging ich los, um welche zu kaufen. Da sah ich ein zierliches Mädchen, das zwei riesige Typen im Park anschrie. Hey, Bigfoot, hast du wirklich Müll auf den Boden geworfen? Heb das sofort auf oder ich verpasse dir eine Tracht Prügel. Oh Mann, wollte sich dieses Mädchen etwa umbringen? War sie betrunken? Die beiden Typen sahen nicht glücklich aus. Sie kamen auf sie zu und einer von ihnen hob sogar eine Hand, als wollte er sie schlagen. Aber sie schob seine Hand schnell weg, was ihn nur noch wütender machte. Mann, ich wollte da wirklich nicht mit reingezogen werden. Also tat ich so, als hätte ich sie nicht gesehen und ging weg. Aber als ich nur noch ein paar Schritte entfernt war, hörte ich einen der Typen schreien. Dann sagte der andere, Was zum... das ist ja ekelhaft. Ich hätte einfach weitergehen können, aber nein, meine Neugierde war stärker als ich. Also drehte ich mich um und sah, dass ein Typ mit Erbrochenem bedeckt war. Dann zeigte das Mädchen auf mich und sagte, Süßer, da bist du ja. Dann fiel sie in Ohnmacht. Was? Ich kannte sie doch gar nicht. Ich starrte sie perplex an, als einer der Typen schrie, Was stehst du denn noch da rum? Bring deine verrückte Freundin schnell nach Hause, wenn du nicht wissen willst, wie sich meine Faust anfühlt. Ich war so erschrocken, dass ich zu ihnen eilte und das Mädchen wegtrug. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war oder wo sie wohnte. Ähm, das war verrückt. Ich legte sie auf einer Bank in der Nähe ab und schaute mich nach den Typen um, aber zum Glück waren sie schon weg. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also ließ ich sie dort liegen und ging weiter. Aber dann begann ich mich schlecht zu fühlen. War ich zu herzlos? Was, wenn ihr noch etwas zustieß? Also ging ich zurück und nahm das Mädchen huckepackt zurück zu meinem Haus. Meine Güte, sie war so viel schwerer, als sie aussah. Kaum hatte ich sie auf die Couch fallen lassen, klingelte ihr Handy, also ging ich ran. Hallo? Fragte dann die Person am anderen Ende der Leitung. Wer bist du? Wo ist meine Freundin? Ich murmelte meine Adresse und wollte ihr gerade sagen, dass sie ihre Freundin abholen soll, aber sie hatte schon aufgelegt. Warum war sie so unhöflich? Ich hatte mir fast den Rücken verrenkt, während ich ihre Freundin in Sicherheit brachte. Ziemlich nervig alles. Diese Nacht war eindeutig zu dramatisch für mich und was noch schlimmer war, ich hatte immer noch keine Cheetos. Ich beschloss, eine Dusche zu nehmen und dann schlafen zu gehen. Aber kaum war ich aus dem Bad gekommen, klingelte es an der Tür. Ich nahm an, dass es die Freundin des Mädchens sein musste, also öffnete ich die Tür. Dann drückten mich sofort zwei Polizisten gegen die Wand und legten mir Handschellen an. Bevor ich begreifen konnte, was geschah, sagte einer von ihnen, dass gegen mich Anschuldigungen wegen Entführung und Körperverletzung vorlegen und ich würde auf die Wache gebracht. Wie bitte? Ich versuchte zu erklären, was passiert war, aber sie wollten mir nicht zuhören. Während ich in dieser Nacht in der kalten, wenig einladenden Zelle saß, bedauerte ich, dass ich so freundlich gewesen war. Ich machte kein Auge zu. Ich hoffte nur, dass der nächste Morgen schnell kam, damit ich das Mädchen mit dieser falschen Anschuldigung konfrontieren konnte. Aber bevor ich das tun konnte, ließ mich die Polizei im Morgengrauen gehen. Das Mädchen war mittlerweile nüchtern und sagte, es sei alles nur ein Missverständnis gewesen. Zum Glück erinnerte sie sich noch ein wenig, sonst wäre noch wer weiß was passiert. Ich schwor mir, dass ich nie wieder jemandem in Not helfen würde. Keine gute Tat bleibt wirklich ungestraft. Ein paar Tage später, als ich gerade fern sah, klopfte jemand an meine Tür. Ihr werdet es nicht glauben, es war das betrunkene Mädchen. Ich schaute sie misstrauisch an. Was machst du denn hier? Das Mädchen sagte nichts. Stattdessen schlüpfte sie eiskalt an mir vorbei und betrat mein Haus. Hä? Was hatte sie vor? Dann starrte sie mich an und fragte mich nach dieser Nacht. Nachdem ich ihr alles erzählt hatte, was passiert war, lachte sie. Okay, ich glaube dir. Wenn ich es nicht hätte, würdest du es wissen. Sie hob ihre Faust und ich erschrak und fiel fast vor meinem Stuhl. Dann gluckste sie. Jetzt habe ich Hunger. Geh und mach deinem Gast etwas zu essen. Was war nur mit diesem Mädchen los? Sie war so direkt und frech. Ich schaute sie an und sagte nein, aber sie fuhr fort. Wenn du das nicht tust, gehe ich zur Polizei und ändere meine Aussage. Dann stand sie auf, um zu gehen. Also sagte ich schnell, okay, okay, ist ja gut. Und durchsuchte dann widerwillig meine Schränke nach Essen. Ah, da waren noch Spaghetti. Die ließen mich nie im Stich. Ich bereitete also Bolognese für uns vor. Während sie aß, sagte sie, Ich bin übrigens Nora, die beste Drehbuchautorin im ganzen Land, zwinkerte sie. Sie bedankte sich für das Essen und ging. Puh, das war's dann jetzt aber, oder? Nö. Wie sich herausstellte, war das erst der Anfang. Am nächsten Morgen schrieb sie mir eine Nachricht. Hol mich so schnell wie möglich vom College ab, sonst rufe ich die Bullen. War das ihr ernst? Dann schickte sie mir eine weitere Nachricht mit ihrer Adresse und sagte mir, ich solle mich beeilen. Ich fuhr schnell dorthin und sie stieg in mein Auto, starrte mich an und sagte, du bist spät dran. Und so wurde ich irgendwie Noras Diener. Ihre Anrufe und Nachrichten konnten jederzeit kommen und sie zwang mich immer, sofort etwas für sie zu tun. Einmal war ich gerade in der Badewanne, als sie mir eine Nachricht schickte und verlangte, dass ich ihr etwas Schokolade brachte. Ein anderes Mal rief sie mich um zwei Uhr nachts an und sagte mir, dass ihr langweilig sei und ich rüberkommen und ein Videospiel mit ihr spielen sollte. Ich wurde auch ihr unbezahlter Uber-Fahrer. Jeden Tag fuhr ich sie von ihrem Haus zum College und zurück. Und einmal passierte es, dass ich verschlief, sodass Nora mein Handy mit Tonnen von Nachrichten und Anrufen bombardierte. Ich antwortete müde und sie benutzte wieder ihre Die-Polizei-Rufen-Drohung, um mich zu zwingen, in 15 Minuten da zu sein. Was für eine Nervensäge. Ein anderes Mal war ich gerade aus dem Haus gegangen, um mit meinen Freunden etwas zu unternehmen, als Nora auftauchte und darauf bestand, dass ich mit ihr ins Kino gehen sollte. Sie akzeptierte kein Nein als Antwort, also musste ich meinen Freunden absagen und mit ihr irgendeinen langweiligen Film anschauen gehen. So ein lästiges Mädchen, oder? Aber seltsamerweise begann ich mit der Zeit, Nora weniger nervig zu finden und stattdessen ertappte ich mich dabei, wie ich lächelte, wenn sie mir eine Nachricht schrieb oder mich anrief. An den Tagen, an denen sie mich nicht belästigte, nun ja, war ich irgendwie schlecht drauf, war ich verrückt. Ich meine, sie war süß, sehr spontan und nun ja, es gab niemanden, der so war wie sie. Aber dann hörten plötzlich die Nachrichten und Anrufe auf. Wollte sie mich nicht mehr um sich haben? Ich vermisste Nora und musste mich davon abhalten, sie anzurufen. Ich sollte froh sein, dass ich nicht mehr von Nora kontrolliert wurde, oder? Dann piepte eines Tages aus heiterem Himmel mein Handy. Es war Nora. Komm zum Starbucks in der Vincent Street. Beeil dich, du hast fünf Minuten Zeit. Herr je, schon wieder dieser herrische Ton. Trotzdem fuhr ich sofort zu dieser Adresse. Als ich dort ankam, sah ich Nora mit einem Typen und einem Mädchen. Ich ging zu ihnen hinüber und setzte mich einfach hin. Nora hielt mich am Arm fest. Schatz, warum kommst du so spät? Ich starrte sie erstaunt an. Sie lächelte und drehte sich zu den anderen beiden. Das ist Kai, mein fester Freund. Hatte ich das falsch verstanden? Hatte sie gerade gesagt, ich sei ihr fester Freund? Dann sagte sie, Kai, das ist meine ehemalige beste Freundin Kim und ihr Freund Greg, der auch mein Ex ist. Peinlich, nicht wahr? Aber ich habe ja jetzt dich, also können wir alle Freunde sein. Als ich die Situation begriff, wurde mir klar, dass ich mitmachen musste. Also streichelte ich ihr Haar und sagte, Ja, mein Honigmuffin, alles, was du willst. Mein kitschiger Spruch schien zu wirken, denn beide schauten verärgert und gingen dann. Also drehte ich mich zu Nora um und stammelte, Hast du gerade gesagt, ich bin dein fester Freund? Nora sagte, Ja, ist das nicht okay? Wenn du es nicht magst, vergiss es. Als sie gerade gehen wollte, zog ich sie an ihre Hand und sagte, Ja, natürlich, klingt toll. Und so wurden wir also ein offizielles Paar. Wir hatten ein paar Dates und sie war wie immer sehr anspruchsvoll, nicht, dass ich sie hätte verändern wollen. Dann, einmal, nach einem Monat Dating, schleppte Nora mich zu einem See mit Schwänen in einem nahegelegenen Park. Sie sah mich lange Zeit an und sagte dann, Kai, ich werde ein Jahr lang im Ausland studieren. Ich reise morgen ab. Ich schaute sie verwundert an und fragte, warum sie es mir nicht früher gesagt habe. Sie fuhr fort, Ich schätze, ich wollte dich nicht traurig machen. Und ich weiß nicht, ob deine Gefühle groß genug sind. Also schreibe deine Gefühle für mich auf und gib sie mir morgen. In dieser Nacht schrieb ich sorgfältig alle meine Gedanken und Gefühle für sie auf. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass dieses eine Jahr der Fernbeziehung schnell vorbei sein würde. Am nächsten Tag fuhr ich sie zum Flughafen und übergab ihr meinen Brief. Zu meiner Überraschung gab Nora mir auch einen Brief und sagte mir immer wieder, dass ich ihn erst lesen könne, wenn ich zu Hause sei. Natürlich gehorchte ich ihr. Ich las den Brief sofort, als ich zu Hause war und boah, damit hatte ich nicht gerechnet. Darin gestand Nora, dass sie mich die ganze Zeit nur benutzt hatte, um sich an ihrem Ex zu rächen. Sie hatte mich ausgenutzt, um über ihn hinwegzukommen. In der Nacht, in der wir uns zum ersten Mal trafen, hatte sie gerade das mit ihm und Kim herausgefunden. Aber jetzt bereute sie, wie sie mich behandelt hatte. Am Ende des Briefes schrieb sie, Wenn das Schicksal will, dass wir zusammen sind, dann werden wir uns eines Tages wiedersehen. Wie bitte? Ich war geschockt und doch rief ich sie an, um ihr zu sagen, dass sie sich nicht schuldig fühlen musste und dass ich ihr verziehen hatte. Ich rief immer wieder an, aber sie ging nicht ran. Ich fragte auch ihre Freunde, aber niemand wusste, wie man sie erreichen konnte. Sie verschwand aus allen sozialen Medien und einfach so verschwand sie aus meinem Leben. Ich vermisste Nora so sehr und ertappte mich bei der Hoffnung, dass das Schicksal mich eines Tages wieder mit ihr vereinen würde. Eines Tages, als ich auf YouTube surfte, fiel mir dieses Web-Drama mit dem Titel Mein Schicksal ist deines ins Auge. Weil ich neugierig war, beschloss ich es mir anzuschauen. Und dann sah ich mit großen Augen zu, wie sich episodenweise meine Geschichte mit Nora vor meinen Augen abspielte. Das hatte definitiv Nora geschrieben. Aber wie würde sie es beenden? Es hörte an der Stelle auf, an der das Mädchen ging und jeglichen Kontakt zu dem Typen abbrach. Eine Ankündigung erschien auf dem Bildschirm. Das Finale würde heute Abend um 21 Uhr starten. Angespannt beobachtete ich, wie die Sekunden verstrichen. In der letzten Folge trafen sich die beiden Charaktere an einem See mit Schwänen. Ich hatte eine Ahnung, also rannte ich, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, sofort zum Schwanensee im nahegelegenen Park. Mein Herz machte einen Sprung, als ich ein Mädchen dort stehen sah. Es war Nora. Mann, ich rannte so schnell ich konnte und umarmte sie. Sie umarmte mich zurück und sagte dann, Ich war ein bisschen nervös, dass du den Film nicht sehen würdest. Dann grinste sie. Aber das wäre auch egal gewesen. Ich hätte dir einfach eine Nachricht schicken können. Komm jetzt zum Schwanensee. Und du wärst gekommen, oder? Dann brachen wir beide in Gelächter aus und umarmten uns wieder. Naja, wie ihr seht, hat Nora und mich das Schicksal zusammengebracht und ich, der logikliebende Skeptiker, glaubt jetzt an das Schicksal. Und was ist mit euch? Habt ihr euer Schicksal schon gefunden? Bei euch nehmen einブ Davis. Ich kann sie auf den Israelis nach eine Sache weiterfassen. Schicksal schon konseyearsig. Ich dein Werft